Moin ihr Lieben, ich bin Brian, wir sind bei der Garzeit und herzlich willkommen zum Beefer Special Teil 2. Heute gibt es Thunfisch mit frischem Spargel und Beef-Kartoffeln. Der Beefer ist schon an, wir brauchen da meistens nur ein paar Minuten, dann machen wir schon mal den Spargel rein. Weil er wirklich so frisch vom Feld gerade ist, braucht er wirklich nicht lange, nur ganz kurz oben ein bisschen Struktur geben und dann packen wir das gleich nach unten rein. Wenn es unten liegt, machen wir es jetzt über den Kartoffeln her und wie gesagt Kartoffeln nur ganz kurz abwaschen, die braucht ihr nicht schälen, wenn die wirklich auch frisch vom Bauernheft. Die Kartoffeln wirklich schön dünn, also wenn ihr nicht so ein tolles Gerät habt, wie ich hier, womit man schälen kann. Versucht die ganz dünn zu schneiden, dass man so leicht fast durchgucken kann. Dann in der Topf schön verteilen und ordentlich salzen. Hier ist das Salzen ganz wichtig, damit der Salz uns auch hilft, schön das Wasser aus den Kartoffeln rauszuziehen, während wir die biefen, damit es auch wirklich schön richtig kross werden. Zu unseren Spargel und unseren Kartoffelchips habe ich mir gedacht, machen wir ein schönes frisches Tufelssteg. Ich habe hier quasi das innere Stück, was auch viele Sushi-Teile nennt. Daraus schneiden wir zwei große Stücke raus, das wir dann nachher kurz angrillen werden. Kartoffeln lassen wir unten jetzt noch mal ein bisschen, nicht ganz so voll in Hitze. Jetzt kriegt das Tufelssteg oben, links, recht noch mal wirklich 30 Sekunden jeder Seite richtig angrillen, wieder raus, aufschneiden und dann mit unserem Spargel gleich anrichten. Was ich gerne mag bei frischen Spargel im Sommer, ich mag es gerne so frisch, deswegen gerne ein bisschen frischen Limonensaft drüber pressen und am Ende ein Hauch Koriander. Und so haben wir für mich wirklich ein perfektes sommerliches Menü aus Kartoffeln, also Barbecue-Kartoffeln, Thunfischsteak und frischen Spargel mit Limone und Koriander. Wenn euch das Gericht gefallen habt, dann abonniert doch Garzeit oder guckt vorbei bei Brian's Way of Life und lasst uns einen dicken, fetten Daumen da.